Willkommen zurück liebe Zuschauer zu einem weiteren aufregenden Update zu Nintendo Switch 2. Heute werfen wir einen genauen Blick auf die jüngsten Entwicklungen bei Nintendo, insbesondere die potenzielle Enthüllung der Nintendo Switch 2 und ihre möglichen Auswirkungen auf den Konsolenmarkt. Die Veröffentlichung der Nintendo Switch im März 2017 markierte einen Meilenstein in der Videospielgeschichte. Mit ihrem innovativen Hybridansatz als Heimkonsole und Handheld hat es nicht nur die Art und Weise verändert wie wir spielen, sondern auch den traditionellen Konsolenzyklus herausgefordert. Anstatt sich auf eine herkömmliche Heimkonsole oder einen reinen Handheld zu beschränken, bietet die Switch Flexibilität und Vielseitigkeit, was zu einer breiten Akzeptanz bei Spielern aller Altersgruppen und Interessen geführt hat. In einem kürzlichen Investor-Gespräch betonte Nintendo-Präsident Shuntaro Fukukawa die Absicht des Unternehmens, die integrierte Hardware-Plattform als Kernstrategie beizubehalten. Diese Strategie hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen, da sie es Nintendo ermöglicht hat, einzigartige Spielerlebnisse zu bieten, die sich von der Konkurrenz abheben. Durch die Kombination von Heimkonsole und Handheld-Funktionalität hat Nintendo eine Nische geschaffen, die sowohl traditionelle als auch mobile Spiele anspricht. Die Gerüchteküche brodelt und Insider wie NateTheHate heizen die Spannung weiter an, indem sie auf eine mögliche Enthellung der Nintendo Switch 2 im März hinweisen. Eine solche Ankündigung könnte nicht nur die Fans begeistern, sondern auch den Aktienkurs der Nintendo beeinflussen und den Wettbewerb im Konsolenmarkt anheizen. Um die Vorfreude auf die Nintendo Switch 2 weiter zu steigern, wird eine Partnershowcase erwartet, die Spiele von externen Entwicklern präsentiert. Diese Veranstaltung bietet nicht nur einen Einblick in kommende Titel, sondern zeigt auch das breite Spektrum an Unterstützung, das Nintendo von der Entwicklergemeinschaft erhält. Eine der brennendsten Fragen der Fans ist die Abwärtskompatibilität der Nintendo Switch 2. Viele hoffen darauf, dass ihre bereits vorhandene Spielbibliothek nahtlos auf der neuen Konsole genossen werden kann. Dies könnte den Übergang zur neuen Plattform für viele Spiele erleichtern und die Attraktivität der Nintendo Switch 2 weiter steigern. Die Einführung der Nintendo Switch 2 könnte den Konsolenmarkt erneut erschüttern und die Dynamiken zwischen den großen Playern wie Sony und Microsoft verändern. Die Fähigkeit von Nintendo, Innovationen voranzutreiben und einzigartige Spielererlebnisse zu bieten, könnte dazu führen, dass die Switch 2 neue Maßstelle besetzt und den Wettbewerb intensiviert. Während die Aufregung um die Nintendo Switch 2 wächst, wird erwartet, dass Nintendo weiterhin die vorhandene Switch-Plattform unterstützt. Dies ist entscheidend, um die bestehende Spielerbasis zu halten und sicherzustellen, dass die Nintendo Community während des Übergangs zur neuen Konsole intakt bleibt. Insgesamt sind die Erwartungen hoch für die Enthüllung der Nintendo Switch 2 und ihre potenziellen Auswirkungen auf den Konsolenmarkt. Wir werden gespannt darauf warten, was Nintendo für uns bereithält und nicht mit den neuesten Updates auf den Laufenden halten. Deshalb lohnt sich ein Abo auf diesem Kanal sehr. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.